Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja ihr Lieben, gönnt euch mal mein Decal von Nike. Absolut insane, mega geil. Nike hat ja eine Kooperation oder eine, keine Ahnung, eine Zusammenfügung mit Rocket League. Und ja, dementsprechend haben sie hier dieses Nike Air Zoom Decal released. Also auf jeden Fall mega, mega nice. Wie findest du das Decal? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Das Decal kriegt ihr hier im Shop, kostet 1100 Credits und mit dabei sind hier einmal dieses Nike Air Zoom Mercurial in pink. Sieht auch mega, mega krank aus. Damit machen wir unser zweites Match. Wir haben jetzt erstmal hier Nike Air Zoom Mercurial in grün und dann haben wir noch hier eins in gelb. Das feiere ich jetzt nicht so, das ist nicht so mein Ding. Ich feiere das graue und hier das grüne, mega, mega krass. Und die Räder sind natürlich auch dabei, richtig nice. So ihr Lieben, wir starten, wir gehen rein, 1633 MMR, wir legen los, let's go. Möchtest du Rocket League Items kaufen, weißt aber einfach nicht, wo du sie am günstigsten bekommst? Bei meinem Partner AOR.com hast du die Möglichkeit, alle möglichen Rocket League Items zu kaufen und das zu einem günstigsten Preis. Mit dem Code AGTV unterstützt du mich und erhältst zusätzlich 6% auf deine Bestellung. Falls du Fragen zu AOR.com hast, kannst du gerne in meinen Discord kommen und im Channel AORH Support schreiben. Dort helfen wir dir weiter. Viel Spaß mit dem Video. So Freunde, wir gehen rein. Erstes Match gegen Risen, Dr. Salty Boy und mit Rips zusammen, let's go. Sehr schöner Kick-Off. Mate müsste ihn eigentlich haben, hat auch viel Zeit. Er schießt, aber den hat der Gegner. Das ist schon ab. Der wird gefährlich, aber ich habe ihn hier. Kommt da nicht hin, Mate hat ihn. Sehr, sehr wichtig. Den müsste er auch haben, sehr schön. Und den habe ich hier Gott sei Dank geblockt, Leute. Mate ist ab. Ich hole mir hier Boost. Bloß aufpassen, hier kommt schon der 50 vom Gegner. Okay, ich block ihn hier, aber genau zum Gegner. Der Ball geht in die Mitte, aber mein Mate ist immer noch nicht da. Okay, alles klar. Er hat sehr, sehr lange gebraucht hier. Er ist, keine Ahnung, ich glaube Boost holen gegangen oder so. Ja, das war natürlich nicht gut rotiert vom Mate. Da hole ich mir jetzt Boost. Den Ball nehme ich mit. Ich misse ihn leider. Und ich block hier den Ball. Was für ein Save von mir. Könnte hier auch wieder in den Schuss kommen. Guter Block. Sieben Boost hatte ich. Ich wollte da jetzt nicht nochmal hin. Komm nicht hin. Mein Mate kommt auch nicht hin. Immerhin. Okay, interessant. Interessanter Start auf jeden Fall. Das war schon sehr, sehr schwieriger. Und hier mein Mate. Weiß nicht, ob der wirklich dachte, dass der ihn nicht kriegt. Das war natürlich. Auf dem Rang hier 1633, immer mehr. Ist natürlich so ein Ball. Klar, dass die den kriegen. Mate hatte ihn. Blocked ihn. Wieder hoch mit dem Flick. Aber der Gegner, Vision, passt da auf. Probier es hier nochmal, schade. Mal gucken. Ich gehe hier nach vorne. Mal gucken, vielleicht kommt der Ball irgendwie zu mir. Der Block war nicht der Beste von mir. Mein Mate hat da nicht so gut aufgepasst. Dann wollte ich ihn eigentlich anspielen. Achtung, Block kommt. Der Ball wird gefährlich, der Ball. Quartier. Ich kann da nicht nochmal hin. Den muss mein Mate haben. Er geht nicht. Ball geht nicht rein. Geht da nicht hin. Mate hat ihn. Er misst. Den Ball nehme ich hoch. Gehe hier zum Double-Touch. Aber mein Gegner hat den. Probier es hier nochmal. Den Ball nehme ich nach außen. Block hier. Ich warte hier in der Mitte. Ich lege ihn hoch. Wird ich nicht nochmal hinkommen. Schade. Hier nehme ich den Ball an. Okay. Okay. Das war absolut. Gut. Ja. Ich wollte hier flicken eigentlich. Hier nach links flicken. Aber ich habe irgendwie gejumpt. Okay. Aber man sieht es an den Punkten. Irgendwie habe ich hier Probleme mit meinem Mate. Beziehungsweise. Er tut nicht wirklich arg viel. Habe ich ein bisschen anlackig. Bin ich etwas anlackig gewesen mit der Mate-Auswahl. Aber das passiert einfach. Jeder hat mal ein schlechtes Match. Ball geht in die Mitte. Mate hat ihn. Stark. Reset. Das gibt es nicht. Wieder kein guter Flip-Reset bekommen. Okay. Ich werde geboomt. Habe den Ball aber nach hinten gejippt. So dass mein Mate hier ran kann. Schöner Touch. Gegner hat ihn. Ich dachte der Bronze kommt anders. Mate hat ihn. Mate. One v One. Er flickt. Ich war mir fast sicher, dass er ihn misst. Den Boost muss er mir lassen. Er nimmt den Boost. Schieße. Der Ball ist drin. Let's go Leute. Wir holen wir dieses Match zurück. So viel Misses. Und dann hier Open-Net. Ich habe einfach gedacht, probiere es uns. Ganz kurze Eck. Mein Mate hier. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich gechased. Aber hat gereicht. Let's go. Hier die Möglichkeit zu schießen. Schöner Schuss. Schade. Mate. Geht nicht dran. Er nimmt den Boost nicht mit. Nein. Vor uns habe ich anders gedacht. Dass der anders kommt. Hier die Möglichkeit. Gebomb ich den Gegner. 70 Boost hinten. Ist okay. Ist sehr gut. Boah. Double Comet. Hier. Boom ihn weg. Oh mein Gott. Mate. Er misst. Ich gehe nochmal in die Mitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das gibt es nicht. Das wir den nicht machen. So close. Leute. Schaut mal die Punkte. Mega. Photo Block. Mate. Ah. Der hat mich gefakt. Ich habe keinen Boost. Ich habe zwölf Boost. Oh Gott. Geht nicht rein. Wir haben hier Boost. Tore ist open. Mate. Bitte. Mate. Bitte. Danke. Oh. Wenn der Flick durchgeht. Könnte. Hätte auch das Tor sein können. Mate. Hier mit dem Schuss. Oh mein Gott. Martin. Oh mein Gott. Und wir haben das Match noch gewonnen. Wie bitte haben wir dieses Match gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. GG's Leute. GG's. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Match hier noch, oder wie wir das Match gedreht haben. Auf jeden Fall hat The Man Mate hier am Ende nochmal hier richtig Gas gegeben. Das hat es hier dementsprechend zu einem Tor geführt. Nice. Wir sind auf GC. Zwei Liga Drei aufgestiegen. Nächstes Match. Let's go. So Freunde. Meine zweite Match. Gegen Solo und Ray. Äh ja. Mit. Lolo Geek. Ich follow. Diesmal mit dem grauen Decall. Oh je, oh je. Wir bleiben hier aneinander hängen. Gucken, ob ich den Ball blocken kann. Sollte ich eigentlich haben. Sehr wichtig. Boomin weg. Das ist auch wichtig. Boomin weg. Das ist auch wichtig. Jetzt haben wir Boost Pads. Lassen wir uns auch wirklich Zeit beim Boost Pad sammeln. Hier kommt der Ball schon. Boah. Ich bin schon gejumpt. Das wird mein Fehler sein, wenn hier was passiert. Boomin weg. Let's go. Okay. Mein Fehler mit dem Tor. Let's go. Okay. Das war. Das war mir. Hätte aber hier die Annahme. Und dann wollte ich eigentlich flicken. Und er kommt hier durch. Nice. Schön. 1-0. Ah. Geh auf nicht so gut gehofft. Aber hier. Bisschen Glück gehabt hier. Ah. Kein guter Schuss. Ich glaube hier Boost. Wichtig. Schöner Pass. Oh mein Gott. Oh. Das war insane. Das war insane gemacht. Hier nicht auf den Schuss gegangen. Sondern hier. Hier den Schuss gefakt. Und dann hier. 2-0. Insane. Tolles Video bis jetzt. Oder tolles Match. Tolle zwei Matches. Hat er Glück gehabt. Kommt ihn weg hier. Er geht nicht rein. Er tat ihn stark. Fußpads sammeln. Er könnte zu mir kommen. Schöner Block. Schöner Flick. Er misst. Nice try. Mate hat ihn. Aber ich muss hier zur. Defense kommen. Aber ganz schnell. Ah. Verdammt. Kein guter Flick von mir. Mate. Du musst schnell hoch. Nice. 12 Boost in der Defense. Achtung. Ne. 23 Boost. Lass ihn machen. Komm nicht hin. Sorry. War my bad. War my bad. Da wollte ich glaube ich nochmal hoch springen. Aber. Habe ich nicht gut gemacht. Muss ich da ein bisschen besser in der Defense stehen. Sollte eigentlich alles passen hier. Miss. Wait. Das ist da nice. Aufpassen jetzt hier. Muss die Bälle besser treffen. War kein leichter Ball. Der auch nicht. War gefährlich jetzt. Ja. Da hat mein Mate geschlafen. Da darf er nicht aggressiv rein. Da muss er weiter in der Defense stehen. Hier. Das war zu einfach. Ich will nicht die Schuld auf ihn schieben. Aber es war zu einfach für den Gegner. Ich miss. Verdammt. Das muss ein Tor sein. Ich warte es vor mir. Schöner Schuss. Was open. Let's go. Sehr schön. Es ist wichtig, dass ihr diese Dinger boomt. Ja. Es müssen Boomer sein. Hier schaut mal. Bam. Wie gefährlich dieser Ball ist. Klar. Ich muss ihn natürlich zur Seite ballern. Aber hier. Habe ich das gut gemacht. Ein schöner Hit dann noch. Let's go. Ich follow. Ja. Haben sie gut gemacht. Schönes Tor. Geht zum Kickoff. Schön. 25 Boots. Tor. Ich knall die Kugel vor, weil ich, wenn ich den annehme, dann habe ich keinen Boost mehr. Deswegen direkt hier weg damit. Boost Pits sammeln. Jetzt ganz, ganz wichtig. Nochmal den Flick nach vorne. Na ja, komme ich nicht nochmal hin. Ist gefährlich. Ist gefährlich. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Wie gefährlich das ist. Let's go. Keine Ahnung, was das für ein Tor war. Aber. Hier. Drangeblieben. Dann der Schuss. Der ist unglaublich schwer zu halten für den Gegner. Ich komme einfach nicht hin. Let's go. Ich follow. Jetzt müssen wir das 5 zu 3 machen. Das war natürlich jetzt richtig nice. Geht der hoch? Nein. Doch. Okay. Wichtig. Wenn mein Mate kommt, schade. Schön gemacht. Ich warte hier auf seinen Bounce. Ich kann nicht drauf gehen. Mein Mate ist immer noch. Mein Mate muss ab. Ist ab. Sehr, sehr wichtiges Ding hier von ihm. Schön gemacht. Jetzt haben wir zwei Boost Pads. Wir müssen ein Boost Pad. Richtig. Fake hier. Und mein Mate ist da. Geil. Das Ding. Schönes Ding. Auf jeden Fall. GG's Leute. Die Gegner haben das Match verlassen. Das waren zwei richtig nice Matches. Ja. War auch knapp, dass ich hier hingekommen bin. War nice. War nice. Auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Spiele hier. Auf jeden Fall. Den ersten ein bisschen gecarried. Das zweite. Hab ich einen super Mate gehabt. Hat er gut gemacht. Gegner waren stark. Wir haben ein bisschen mehr Glück gehabt. Und ja. Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer AngezogTV.